Hi, mein Name ist Rabia Berber und ich will euch eine ganz kurze Geschichte erzählen zu mir und meinem Kleingewerbe. Ich habe mich dazu entschlossen, selbstständig zu werden und diesen Schritt zu gehen. Und eine Woche nach der Anmeldung zu meinem Kleingewerbe habe ich schon so viel Post bekommen von der Handwerkskammer, vom Finanzamt, vom Steueramt und dachte, bevor ich mich überhaupt selbstständig mache, muss ich schon mit so viel Bürokratie kämpfen. Die FDP will genau das verhindern und Selbstständige und Unternehmer unterstützen. Deshalb hat sie meine Stimme am 26.09.